So, das ist ein kleines Infovideo, in dem ich euch einfach informieren möchte, dass es ab Montag, den 26.3., übermorgen, wieder regulär weitergehen wird, mit Let's Plays und allem drum und dran. Wir machen am Montag aber erstmal einen schönen Welcome Back-Stream sozusagen, aber ja, wieder Let's Plays geht auch ab dann wieder los, ganz regulär Spreys wie früher. Es hat einfach einen Upload-Plan, da ist ganz genau drin, was es täglich für feste Let's Plays gibt und so weiter und so fort, ist alles drin und das passt alles jetzt auch so. Lasst uns überraschen, wie das Ganze aussehen wird. Es wird Live-Stream-Projekte geben mit Nicht-Live-Stream-Projekten, alles drüben und dran, aber auf jeden Fall, das ist das Wichtige, ab Montag, 26.3., geht es regulär weiter mit Let's Plays. Und ab 20 Uhr an diesem Montag gibt es übrigens auch einen fetten Stream. Freue mich drauf, ich hoffe, ihr seid es dabei, macht's gut und ciao!